Sukha-Chakurasana ist die einfache Vogelstellung. Sukha heißt einfach, angenehm, leicht, vergnüglich. Chakura ist ein Vogel. Chakura ist auch ein besonderer Vogel. Chakura gilt auch als der Mondvogel. So einfach ist es nicht, wie du gleich sehen wirst. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gibst du ein Bein hinter die Schulter. Spätestens hier wirst du sehen, so einfach ist es nicht. Und dann gibst du beide Hände auf den Boden. Du hebst das Becken hoch und das Bein hoch und dann bist du in Sukha-Chakurasana.